Musik Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Mad World Zero Mission Im letzten Part haben wir gesehen, es gibt hier Powerbombs, aber die wurden gestohlen Und jetzt machen wir uns auf den Weg, die zu holen Und wir müssen jetzt erst hier schön nett lang gehen Wir haben ja gesehen, wo wir landen müssen bisher Und zwar hier lang Und joa Komm schon, geht da runter Boah Und dann müssen wir hier runter Wenn das Ding weg ist Im Schatten der Dunkelheit Oha Wie weit geht das runter? Oh Gott Doch so weit Also los, Samus Ach du Schande Nein, wir warten bis es runter kommt So, jetzt kommt es runter Und wenn es eigentlich unten angekommen ist So, die können jetzt schon So, die können jetzt schon Wir müssen ja hier hoch Oh mein Gott Die töten sich hier auf den Weg Ich muss jetzt hoch oder runter Ich weiß es gerade gar nicht Ich weiß es gerade gar nicht Ich weiß es gerade gar nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! Hey, das ist echt unfair! Vor allen Dingen, eigentlich springen ja alle runter, ne? Warum ist dann immer noch einer da? Mann, das ist unfair! Ja! 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 Wir müssen da oben lang anscheinend Wir müssen da oben langsamer und da oben langsamer und da oben langsamer und da oben langsamer. Sollte, die hätten das nicht verhandelt. Speichern und heilen, ist das mal nett. Das ist doch mal nett, nett, nett. Ich will meinen Suit wieder haben. Dann brauchen wir sowieso hier wieder. Oh! Was kriegen wir denn da jetzt gezeigt? Samos als Kind oder was? Tatsache! Oh! Ah! Oh! 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 Au Okay, also immer dann treffen, wenn das voll ist Also Wir müssen uns anscheinend sein Und ja Noi, verdammt Aua, aua Treffer Zack Uh, unser Spiegelbild Und Darf ich vorstellen? Kraft, dieser kraftvolle Beam kann mehrere Gegner durchdringen Verbesserte Abstimmung gegen Angriffe Gleicht Masse Trägheit in Wasser und Lava aus Und Ermöglicht in der Luft weitere Saltos zu schlagen Dazu beim Salto erneut A drücken Uhuhu Voll ausgestatteten Anzug erhalten Uhuhu Zweig Er ... Das ist doch mal richtig nice Das kann uns niemand mehr was anhaben Nice Achja Leute Wir kommen immer näher zum Ende des Spiels Geil Oh I am here Tschüss Tschüss Glocke 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 und ui geil das wird immer besser ja 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 ui 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 u u Das ist der einzige Weg eigentlich zurück Ah Neu Neu, ab den Flipper mach die Glammer ab Oh, super Missile Container, noch ein weiterer, okay cool. Dann wird das ganze doch nicht mehr ganz so langweilig, wie wir erst dachten. Oh, super. Oh, super. Schau mal hier lang! Schiffsi kosti! Oh Gott! Und zwar müssen wir jetzt entweder nach da unten oder aber nach da oben Ich hätte es aber eher mal nach da oben gemacht Und ja Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal auf zu einer Sprecherstation Nein, okay, hier ist eine Und ich würde sagen, wir benen hier den Part Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr ganz im Endeffekt Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Metroid Zero Mission Bis dahin, haut da rein! Ciao, euer Marcii So, noch gespeichert Und Speichern abgeschlossen Tschüss Leute Und dann Und dann Und dann